... ... Erstaatüller 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 Das ist eine große Herausforderung. Das ist ein Punkt. Das ist ein paar Dinge, die mit der KUETA in der KUETA sind. Das ist eine Sache für alle von uns. Ich möchte Ihnen noch ein paar Sachen erzählen, dass die DHA-KUETA in unserer DHA-KUETA, dass die DHA-KUETA in einer solchen DHA-KUETA in der DHA-KUETA kommen. Das ist eine große Herausforderung für DHA-KUETA. Ich möchte Ihnen noch ein paar Berichte über den Projekt. Das ist eine große Herausforderung für 50 Acres. Es wird ungefähr 433 Villas gebaut. Und es wird sehr großartig. Ich weiß selbst, dass die Tests der DHA-KUETA, dass die DHA-KUETA in der DHA-KUETA, die DHA-KUETA kommen. Ich möchte Ihnen noch einmal zu sagen, dass diese Dinge sicherlich sind, dass die Dinge von dieser Form von großen Ventures eine sehr große Ekonomi-Katur. Und die die DHA-KUETA in einem schweren Gewinn zu machen, die die Direct-Business in diesem Jahr, nur in Phase 1, dass die eine Direkt-Business in den nächsten 2-4 Jahren Das ist nur die Phase 1, die wir jetzt sprechen haben. Also in the end, I thank everyone, especially Zaid, the Group Chairman, their son, the Group MD, Raza Hassan, Administrator DHA, Shahzad Shahid, thanks for being over here. The colleagues and the media, thanks a lot media, thanks for covering us, thanks for coming. If you have support, then we will be able to get more motivation. Thank you very much. Thank you very much. We have started in October 2018, and we have started in October 2018, and we have started in October 2018, dass die Menschen in den Jahren haben wir unterstützt und unterstützen uns. Heute, in ein Jahrzehnt, haben wir hier 5,000,000원 mehreren Zemien haben. Und viele Leute mit dem Zemien haben wir hierhergebracht haben. kisie bhi projekte kisie bhi projekte ki success ke liye real estate me je baut asht ضruri hai ke jow commitment's hum kar rye hai ان commitments ke liye jitni zemien dhakar hai وہ pehle se humare pats mوجud ho lehaza mein baut khushi ke satt áج jye baut kairahau kye ham jow bhi offer kar rye hai áge woh zemien already humare pats mوجud hai is wajah se project me delays naihi haonge aur inshallah ham apni rafatar ko development ki rafatar ko maintain kerte rhenge abhi tak aap dhek sakti hai kye hamare joh grand entrance ke oopar plazaz hain ekkk kardke woh apni puri rafatar ke satt bhan rhey hain aur bavajud iske kye sabkha saal me behat pereft bari huyi aur record struh ghe lekin hamne abus dhoran bhi koji kama me kami nahi kirona aya uske bavajud hum apne customers ke satt difficulties ke bavajud jis jinn ballot hamne kiya març ki codha tari aur uske foraan bat dfah 144 nafiz hoyi beluchistan jaysse soobay mein hain goy jr can im žr jahe 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 k die Expressway werden. Und ich möchte auch mit dem Glück, dass ich in diesem Fall auch ein Verhältnis kann, dass in den März 2021 die Expressway wird, die Projekt von der EU-Koeta-A. Die EU-Koeta-A-Sektor-A hat einen Markt geöffnet. Wir haben die Ausführungen und in ein paar Tagen die Evaluation drauf gemacht werden. In Sepertur A everyone ist verso handle. Die Verfahrens S Medien der Johan-Ausherty Koeta hat auf fünf März zum Parlament 9 adm stiffen geöffnet waren. Auf hoяжen der 줘 completed die Möglichkeit sind. Und ich werde auszins wondering dass alle dieser Projekte Ich hoffe, dass wir in einem Jahrzehnt haben, wir können die Plot-Würfe des Plot-Würfe des Plot-Würfe des Plot-Würfe des Plot-Würfers. Ich möchte televisionれて das Baute des Plot-Würfe des Plot-Würfers. Inshallah, Mekamal hooga. Aage ki ya tequireb is baat ka saboot hai, ke hamaray joint ventures me hai hamaray partners joh queta se taluk rakti rakti wo is baat ko tequit te raya und hamaray saath join kar raya kyunke wo bhi ye semjht te hain ke joh infrastructure in ko chahi e apne project ko develop karne ke liye wo ham apne time lines ke mtabek wahi ya kar sake k ham mazid bhi joint ventures ke liye chamber of commerce ke amare besat nama end garen mojood en hamaray request hai ke koetha ke loge aage 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 tereqqi me apna hat bt aage 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 Vielen Dank. Ich bin sehr dankbar für unsere Mediengruppe, die uns geöffnet haben. Ich bin sehr dankbar für die Direktor von Highland Resort, der Seyed Raza Hassan. Ich bin sehr dankbar für die Direktor von Highland Resort, der Seyed Raza Hassan. Ich bin sehr dankbar für die Begeidja Shaij. Ich bin sehr dankbar für die Direktor von Highland Resort, die die Dr. Karrun Asif und die DHA, die uns für die Geist und die DHA haben. Wir haben uns die Karrun-DHA-Sahe in der KVT-KVT ein KVT-KVT-KVT-KVT. Die KVT-KVT-KVT-KVT-Jäck, die sich einen auf dem KVT-KVT-KVT in der KVT-KVT-KVT-KVT ein. Ich möchte, dass die DHA ein neues Soci oxygen an, der wirklich wichtig ist. Denn die DHA hat mich besonders auf eine neue Stadt. Und wir haben die Diskussion vor dem KVT-KVT-KVT berührt, dass wir diesen Streit in der Realität des trenten. Vielen Dank. Also werden wir in der Industrie-Wise unsere Linkages entwickeln und auch eine große Herausforderung für sie. Ein zweitens ist unser Chairman, Mr. Zahid Yabbu Mohamed, dass er eine Vision ist, dass er in seiner Stadt wollte, dass er etwas zurückgebracht hat. Das ist eine erste Projekte, das ist eine erste Projekte. Wir werden uns nicht stoppen. Nachdem wir uns über die Häuschen und Untertitel mit D.H.A. und Outside D.H.A. werden wir die Projekte launchieren. Ein wichtiger Punkt ist, dass wir von Koheta in der Wohnungsk� Books einleisen, dass wir von Koheta und dafür sich nicht ausgesprochen werden, dass sie die Hof ausgesellschaftlichen Häuschen und eine gute Verkehrsräte sollten weg. Be es Karachi oder Islamwälte sind. Die Hauptstellung ist, dass wir Koheta ohne Koheta-Koheta-Share unter einem State of the Art Levels und Methodistiken stehen, dass es in dem Land und St.H.A. und St.H.A. sei und steckend sind, sodass er diese drob durch die Erwarte und Hilfe verhindert sein. Das ist unser Hauptsatz, die erheben sind, die besondere Vorlage und die Erdbe tide ablernen. Das ist unser Hauptsatz für uns positiver Teil der Koheta. Und der Herr sagte, DHA hat angefangen, aber ich möchte heute sagen, dass DHA heute auch angefangen hat. Inshallah, das ist der erste Schritt für die Progresse und die Joint Venture. Inshallah, die alle diese Request haben, dass wir alle zusammenarbeiten, dass wir alle zusammenarbeiten, dass wir alle zusammenarbeiten, DHA und das Projekt zusammenarbeiten, damit wir alle zusammenarbeiten können. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich bin der Administrator, DHA Koiter, Herr Brigadier Scherzade Shahid, dass sie kommen und die irgendwelche Fragen sind. Herr Zahid, Media Persons, DHA Staff, LPs, Mitglieder der Chamber in Commerce, und die Leute, die ich nicht in der Lage habe, alles. Ich möchte, dass du sie in dieser Einladung des Progestes bei uns. Ich möchte nur umgebracht sagen, dass alle anderen Begräne, heute, die ich nicht in dieser Zeit vermittelt. Ich möchte, dass Sie alle auf der Umgebung der Runde gehalten haben. Ich möchte mich umgebracht, dass Sie die Highland Resort zusammenarbeiten, Vielen Dank für die HMN und die Direktoren, Zahid Hassan und Rizal Hassan. Vielen Dank für uns in der Entwicklung der DHA. Ich habe gesagt, dass es schon sehr viel zu tun ist. Ich habe ein paar DHA-Achievments geflogen, aber ich will nicht nur das, ich will nur sagen, dass die DHA-Achievments oder die DHA-Achievments haben, aber ich sage, dass die DHA-Achievments und die DHA-Achievments haben, dass die DHA-Achievments und die DHA-Achievments haben, und die DHA-Achievments haben, in diesem Grunde, die DHA-Achievments haben, In diesem Grunde, die DHA-Achievments haben, Vielen Dank für's Zuschauen. die Art und die Facilites und die Services gebrauchte wird, die vorher schon bei Belogestan oder Kohäta waren, waren für die Nachbarn oder Kohäta. Und das ist schließlich, Kohäta und Belogestan, die Leute in Kohäta oder in Berlin wurden in Keraatchi, Lahore oder Asselambad oder in Islam. Ich habe gesagt, dass ich das Projekt gesagt habe, dass es sehr große Gegenteil gibt. Inschallah, es wird ein Trendsetter und ein Game-Changer. In Kohäta und Belogestan, die bei Belogestan und die anderen zu gehen, Vielen Dank. 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 Vielen Dank.